Nehmt du dir die Scheiß, äh... Würde es nicht haben. Ich bin schon lieber auf dem Acker hier. Ja, um mich zu beim Unterk ресurmen. Ich sp sportsisch geschehen. Ich versuche gar nicht nur rutsch diesen Entschuldigung, sondern nur rutsch. Einwege mich zu dem Rahmen. Ich bin schon immer wieder after. Distrikt auf dem den Kniemacken. So ein Messer haben wir schon mal. Jetzt fehlt nicht die Axt. Warum das mit dem GPS? Ich weiß nicht, soll ich jetzt noch ein paar Leichen looten? Wegen Blackpicks und so'n Scheiß. Die Leichen liegen da jetzt nicht rum. Was ist das? Ich bin so schön, ich schaust. Schauen wir mal ob Trick 17 funktioniert. Das hat jetzt noch nicht geklappt. Aber das ist ja eine Sackgasse, was man sieht. Was macht es denn? Jetzt vielleicht ein bisschen langweilig für euch, wenn ihr mir zuschaut wie Hüte. Aber so eine kleine Grundausrüstung hätte ich schon gemacht. Dann tue ich mich hier auf den Weg machen. Was ich brauche ist meine Angst. Und so. Das ist ein Zeichen. Es ist ein Sitziger. Oder in der Steine. Oder in der Steine. Schmeißt. Wir machen schon ein paar Zocken nicht mehr unterwegs. Wenn ich in die Werkstätte reinkomme. Doch da hinten sind Akku-Zombies. Die sind nicht wegen mir Akku. Oh Scheiße. Das ist gar nicht mehr Schritt. Schritt-Zombies. Das ist nicht durch mich nicht. Mensch, anscheinend. Was ist denn das? Antibiotics. Was ist das? 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 Das ist das. Ich würde mich verarschen. Was rennst du hier durchs Haus rum? Das sind nur so kleine Bugs, die einen richtig anpissen. Snipe thema. Da bin ich nicht gesehen, aber das ist scheiße, das ist immer das Sack. Ich bin da jetzt nicht raus. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Na, wir, uh, we took the tank and dropped ice thrown off at, uh, north airfield. We didn't get to go back and kill that guy. Whoa. Look at, uh, I can't do that. No problem. Honestly, I don't believe it's a great deal. Danke schön. Das war's für heute. Da in einem großen, was hier in ihm könnte ich einen Axt finden. Ich möchte nur sehen, ob ich noch irgendwo einen Rucksack finde. Ich möchte nur sehen, ob ich noch einen Rucksack finde. Ich möchte nur sehen, ob ich noch einen Rucksack finde. Ist das eine Hubschrauber oder was? Ich möchte nur sehen, ob ich noch einen Rucksack finde. Das Licht geht. Das ist noch nicht was. So, zack. Wahrscheinlich noch. Wir sind... Ja, die nächsten Baracken, die sind... Genau... Da. Sollen wir im Punkt sitzen. Mal gucken, wie weit das weg ist. Mal gucken, wie weit das weg ist. Fünf Kilometer. Tja, dafür hätte ich keine Axt. Denn dann kann ich mein eigenes Fischzeug jagen. Mal gucken, wie weit das weg ist. Mal gucken, wie weit das weg ist. Mal gucken, wie weit das weg ist. Ja. Ja. Ja! Ja. Ach, ich hab so 2p Kilo zum Upsen, was sehe ich denn jetzt? Was ist das für ein Zip-Zip? Das macht ja echt, ich finde sowas. Davon gibt es viele Waffen. Jetzt habe ich ja noch Schüsse, 60 Schüsse, mehr als 60. Schüsse, 60 Schüsse. Ich frage mich wirklich, ob ich so ein Scheiß war. In der Ferne hört ihr schon wieder die Granaten. Ich frage mich mit dir. 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 So Achsen, Messer, Streichhölzer und sogar Holz im Gepäck. Ich frage mich mit dir. 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 Ich frage mich mit dir.